Hallo, ich bin John Heiss, Direktor für Sport und Fitness bei Herbalife. Mein Wissen über Sporternährung kommt nicht nur aus der wissenschaftlichen Literatur, sondern auch durch meine eigenen Erfahrungen als Sportler. Als begeisterter Radfahrer kenne ich die körperlichen Belastungen und Nährstoffanforderungen der Sportler. Ich habe gelernt, dass Sportler zu sein ein Lebensstil ist. Man isst 24 Stunden am Tag ein Sportler. Nicht nur das, was Sie während des Trainings essen, beeinflusst Ihre Leistung, sondern die Entscheidungen, die Sie jeden Tag treffen. Wie Sie sich vorbereiten, wie Sie Kraft tanken und wie Sie sich erholen. Dies sind alles Faktoren, die sich auf Ihre Leistung auswirken. Aber nicht jeder besitzt einen Doktortitel in Biochemie und die Wahl der richtigen Ernährungsprodukte aus zahlreichen Quellen kann oft verwirrend sein. Daher entwickelten wir ein komplettes anpassbares Programm für Sportler aller Sportarten, das die benötigte Ernährungsanforderung gewährleistet. All das aus einer einzigen vertrauenswürdigen Quelle. So funktioniert es. Herbalife 24 besteht aus sieben Produkten, die speziell für die verschiedenen Ernährungsbedürfnisse Ihres Trainingstags entwickelt wurden. Wir haben, was Sie brauchen, egal ob Sie sich für eine gesunde Mahlzeit entscheiden oder ein Ernährungsprogramm für Ihren Trainingsplan benötigen. Alle Herbalife-Produkte werden nach den höchsten Standards entwickelt und Herbalife 24 ist keine Ausnahme. Alle Herbalife 24-Produkte sind auch auf verbotene Substanzen getestet. Darüber hinaus werden Herbalife 24-Produkte ohne künstliche Farb- und Aromastoffe und Süßungsmittel hergestellt. Werfen wir einen Blick auf die einzelnen Produkte. Herbalife 24 Formula 1 Sport ist eine gesunde Mahlzeit, die Sportler jederzeit zu sich nehmen können. Ideal als schnelles Frühstück oder als Mahlzeit am Nachmittag. Es basiert auf der gleichen Ernährungsgrundlage wie der Formula 1 Shake, ist aber speziell auf die besonderen Bedürfnisse der Sportler zugeschnitten. Formula 1 Sport nutzt Milcheiweiß, welches eine Kombination aus Molke und Casein-Protein ist. Das stellt eine sofortige und anhaltende Freisetzung von Aminosäuren sicher, die wichtig für die Muskelmasse sind. Obwohl diese Proteine milchbasierend sind, haben wir Formen ausgesucht, die sicherstellen, dass Formula 1 Sport nur 1 Gramm Laktose pro Portion enthält. Um dieses zu visualisieren, gebe ich Ihnen ein Beispiel. Acht Gläser Milch enthalten 13 Gramm Laktose. Vermischen Sie Formula 1 Sport mit Reismilch oder anderen alternativen Milchprodukten, wenn Sie eine ausgewogene Mahlzeit genießen wollen und gleichzeitig zusätzliche Laktose vermeiden wollen. Formula 1 Sport enthält 1000 Milligramm der Aminosäure L-Glutamin, ein wichtiger Bestandteil für den Muskelaufbau und das Immunsystem. Da Sportler besonders intensiv trainieren, haben wir auch die Mengen an Vitamin C und D angehoben, um den erhöhten metabolischen Anforderungen gerecht zu werden. Ob Sie außerhalb oder im Büro arbeiten, es ist wichtig, hydratisiert zu bleiben. Zwar gibt es viele Hydrationsprodukte, jedoch bringt Herbalife 24 die Flüssigkeitszufuhr auf ein ganz neues Niveau. Das Besondere an Hydrid, es enthält bioverfügbare Elektrolyte. Das bedeutet, sie werden besser absorbiert, sodass sie für effizientere Flüssigkeitszufuhr sorgen. Auch dazu beitragen, pH-Änderungen abzumildern und als Antioxidantienregulierer dienen. Das Besondere an Hydrid ist, diese Elektrolyte bestehen aus einem Gramm Zucker und 15 Kalorien und zusätzlich ist es koffeinfrei. Der Geschmack und die praktischen Portionspackungen machen Hydrid zu einem erfrischenden, praktischen Getränk für den ganzen Tag. Herbalife 24 Prepare ist entwickelt worden, um vor einer sportlichen Aktivität eingenommen zu werden. Es enthält ein Stickoxid-Vorläufersystem, das entwickelt wurde, um den Blutfluss zu den Muskeln zu verbessern. Es enthält Kreatin, um die Muskelmasse zu unterstützen. Dieses Produkt wird mit Sicherheit das Training maximieren. Prepare wurde in Zusammenarbeit mit Luis Ignaro entwickelt und enthält L-Arginine und L-Citrullin, die gleichen Kernbestandteile wie in Ignaros früherem bahnbrechenden Produkt Nightworks. Um unserer Philosophie bei der Herstellung von maßgeschneiderten Produkten für Sportler treu zu bleiben, haben wir L-Ortinin-Alpha-Ketoglutarat eingefügt. Eine weitere Verbesserung von Stickoxid-Produkten und Kreatin, ein Molekül, das schnell zuckende Muskelkontraktion unterstützt. Unser Körper enthält bereits Kreatin, aber es verbrennt schnell während intensiver Trainingseinheiten. Prepare versorgt Ihren Körper mit natürlichem Kreatin, um Ihr Training zu maximieren. Prolong ist wirklich ein Alles-in-einem-Nahrungsergänzungsmittel, liefert 250 Kalorien, fast 850 Milligramm Elektrolyte und verfügt über ein 12 zu 1 Kohlenhydrat-Protein-Verhältnis. Gerade genug Proteine zur Energiegewinnung während der Erholungsphase. Diese Formel ist ideal, um den Körper des Sportlers mit Energie zu versorgen, während intensiver und anspruchsvoller Sportarten wie Triathlon, Radfahren, Laufen und Fußball. Der Energieschwerpunkt von Prolong liegt in seiner zwei Quellen Kohlenhydratmischung, schneller Verdauung sowie Fruktose, ein langsames, aber wirkungsvolles, verbrennendes Kohlenhydrat. Das ist alles, was Sie brauchen, um Ihr Training mit der gleichen Intensität zu beenden, wie Sie es begonnen haben. Zudem hält es Sie länger frisch für das nächste Training. Prolong hat einen sehr milden Geschmack, sodass Sie genügend Kalorien zu sich nehmen können, ohne ein klebriges Mundgefühl. Um sich von verschiedenen Sportarten effektiv zu erholen, erfordern die Erholungsphasen unterschiedliche Arten und Mengen von Nährstoffen. Anstatt eines allgemeinen Regenerationsprodukts haben wir zwei zielgerichtete Produkte entwickelt, Rebuild Endurance und Rebuild Strength. Rebuild Endurance wird nach dem Aerobentraining verwendet. Es enthält Maltodextrin, das schnell Muskelglykogen auffüllt. Dank unserer eigenen Mischung von Aminosäuren, Molke und Casein-Proteinen werden beschädigte Muskeln wieder aufgebaut. Noch eine Möglichkeit, wie Sie Herbalife 24 beim täglichen Training unterstützen kann. Rebuild Strength ist eine proteinreiche Erholungs-Nahrungsergänzung, entworfen, um die magere Muskelmasse zu unterstützen. Die 24 Gramm Protein aus Milchprodukten erreichen dieses Ideal. Nicht nur für Kraftsportler, sondern auch für diejenigen, die ihren Körper in Form bringen möchten. Aber Rebuild Strength ist viel mehr als nur ein Proteinpulver. Herbalife 24 hat ebenfalls Rebuild Strength mit verzweigten Aminosäuren ergänzt, um eine schnelle Erholung zu gewährleisten. Wie L-Glutamin, das unterstützt das Immunsystem als auch die Muskelmasse bei der Regeneration. Es ist eine höchst effektive Nahrungsergänzung, die nach körperlicher Anstrengung eingenommen werden kann, und es schmeckt großartig. Ein tägliches Training hat seine Nebenwirkungen für den Körper. Deshalb haben wir Restore entwickelt, um vor dem Schlafengehen eingenommen zu werden. Es bekämpft aufkommende Entzündungen, gleichzeitig schützt es das Immunsystem und verhindert die Bildung von Antioxidantien. Um dies zu erreichen, haben wir Kurkumin aus Tumerik zugegeben, zusammen mit Alpha-Liponsäure, Auszüge aus Amla und Holunder. Wir haben auch Vitamin C und Beta-Keratin beigefügt, die entscheidend für den Wiederaufbau Ihres Körpers sind und Ihnen in der Erholungsphase guttun. Herbalife 24 ist eine Sporternährungslinie mit einem umfassenden Ansatz, um die Bedürfnisse des 24-Stunden-Sportlers zu decken. Egal ob Sie ein Läufer, ein Gewichtheber sind oder einen anderen gesunden und aktiven Lebensstil führen. Dank dem umfassenden Ernährungsprogramm von Herbalife 24 werden Ihre Ziele 24 Stunden am Tag unterstützt, von morgens bis abends. Kontaktieren Sie Ihren selbstständigen Herbalife-Berater, um die Herbalife 24-Produkte zu kaufen. Ich bin John Heiss. Trainieren Sie gesund mit Herbalife 24.